Was war denn los hier beim Probi Big Brother hier, die hat doch ein T-Shirt angehabt, da hast du alles gesehen hier, das war bestimmt aus Glasfasern oder so, was meinst du hier, Glasfasern denk ich immer, hier kannst du voll durchgucken hier, und die anderen hier, ach hier, die haben hier, die wollten ragen hier, die haben doch jetzt vom Baum da die Blätter runter geholt, die haben die dicke geracht hier, stell dir das mal vor, wie das qualmt hier, hast du schon mal so Blätter auch gemacht, ach hör mir, das sind was Nebel, aber der Hammer war die hier mit dem T-Shirt, und dann guckt es immer noch so schön runter, sieht man auch schön mal Äppel hier, und dann kann ich ja quatschen, gell, und ich denke mir, dass das Glasfasern war, Textilien so, Glasfasern, da ist er wieder, ich hab da keine Ahnung, aber, man kann doch gucken, ja, man kann doch gucken, man kann alles sehen hier, ich hab da noch ein Brille da geholt, hier mit so Fernglasscheibe drin, damit ich das genauer noch gucken konnte, das war der Hammer, das T-Shirt, Glasfasern, denke ich immer, gell, hier, Also hier, macht's immer gut, hier, bis dann, ich guck das da später wieder, guck das nach, und dann sag ich euch Bescheid hier, gell, und bis dann hier, tschö, hier, macht's gut, hier, Glasfasern, Nichts, Angst' immer wieder, configurbar, mit dabei sowas, wie Chile, was, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir tun genau so, wir được correctly, Vielen Dank.